Hallihallo Leute und Herzlich Willkommen zurück zum Battlefield 4 Let's Play. Wir machen genau da weiter, wo wir den letzten Mal aufgetan haben. Nimm ich's... Nein, Aufstand anscheinend. Ah, siehst du, haben wir noch gar nichts gemacht. Ich hab Füße. Dankeschön. Zur Valkyrie. Kletter mal noch mal hoch. Ah, das ist dieses... Oh. Was für ein Heli? Der ist hinter uns. Da. Oh. Äh... Wir müssen da rüber? Hm. Und wie? Ja. Und fahr durch. Rack, lass uns das leise durchziehen. Oh, oh. Pff. Scheiße. Ähm. Hm. Warum hat denn der die Leiter jetzt nicht gegriffen? Ach Gott. So. Der Heli betrachtet nichts Gutes. Kann ich jetzt hier rum? Achso. Hä, warum nimmt der die scheiß Leiter nicht an? Hm. So. Ich sparte jetzt einfach noch mal ein bisschen. Ja, ja. Der Heli betrachtet nichts Gutes. Ja, ja. 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 Scheiße. Das ist so ein Teufel. Aber wir müssen das Bank, ob zwar nicht hier reden. Wir müssen da rüber. Ja. 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 Und... Racken. Lass uns das leise durchziehen. Dann lass uns das leise durchziehen. Geht vor. Ich weh da nicht noch mal dran. Stürzt da immer ab? Hahaha. Ahaha. Daaaah. So. Mensch, Leit ansteigen. Ganz schön kompliziert in diesem Spiel. Äh. Ja. Wir sollen da rüber. Ich denke mal unauffällig, ne? Was ja gesagt. Leise und so. Gehen wir einfach mal hier rüber. Danke. Stopp. Die Straftfrist sind aber in dem Spiel. Das ist der Ballentat. Nehmt. Ich rüber. Du bist ja klar. Deinem Alltag. Dreiheuer. Sie müssen die Sch모ed ziehen. Dreiheuer. Die 부 Stefans. Huber. Sondern das sind die Schotten. Die Schotten. Dreiheuer. 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 Dein Glück können wir ja einfach so reinrennen. Halt doch die Klappe. Naja, so sauber sieht die jetzt auch nicht aus. Komm schon weg. Mal sehen, was wir haben. Hier, nimm. Oh. Das ist auch bald nett. UMP45, 70-Waffen, die so... Ja, ja, ja. Was ist das denn? Wasserpistolen? Bring uns zum Hotel. Finde ich nicht. Die DRP sind ganz oben, genau wie die Aussichtsbar. Das klingt auch gut. Die Aussichtsbar ist immer auf dem Dach. Ja. Du solltest echt ganz frau. Ja, ich weiß. Das ist nur... Mach die scheiß Tür zu! Was ist denn hier los? Ja, ja! Begut, Begut, Begut! Zweite Etage, kommt ab! Äh... Josa. Scheiße. Ich glaube, wir sind gerade in China einmarschiert. Hier kommen wir nicht raus. Okay, Alternativen. Keine. Außer am Leben bleiben. Ich glaube, wir sind gerade in China einmarschiert. Irish, Shrek, seht euch das ab. Wo betrechnen die denn? Mit aller Waffenkiste? Aber... Ja, ich behalte einfach jetzt die OMP. Das passt schon. Hallo. Oh ja, da oben. Okay. Okay, Shrek, seht euch! Go, go, go! Ach. Dass die so schnell in Deckung gehen, wollte ich eigentlich weiter. Oh, die können ja nicht treffen, meine Kollegen. Nicht gerade genauso. Ach, da steht irgendwo hinter. Was mache ich denn? Ich kann aber genauso nichts treffen gerade. Oh, das ist hart. Er fliegt gar nicht so viel durch die Luft. Wow! Also, nicht nur Kugeln fliegen durch die Luft, aber... Äh, auch Vierer hier. Ich überlege gerade, ob ich lieber Russen schreien höre oder Chinesen. In Endeffekt. Wahrscheinlich keiner von beiden. Hey, 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 was machst du hier? Oh, jetzt muss ich mich um den kümmern und ich habe den auch nicht genommen, man. Oh, ich bin so gut. Ups. So. Ähm. In Ordnung, Wrecker! Das ist natürlich eine schlaue Deckung hier, noch eine Glasscheibe. Ja, da ist alles klar. Ja, da ist alles klar. Das ist natürlich eine schlaue Deckung hier, noch eine Glasscheibe. Oh, mein Gott. Meine Aiming-Skills sind schon wieder der Hammer. Ja, ich habe mir eine Granade da oben. Oh, hier war ja noch einer. So, diesmal stürme ich mal nicht so blind. Ängste hoch. Ich habe keinen Motoren mehr. GG. Boah. Man, können wir bitte damit aufhören und beschießen zu lassen? B. Hi. Zack. den habe ich irgendwie nicht gesehen habe vielleicht auch ein bisschen gemerkt kann ich die waffen von den eigentlich aufheben erhalten 4z eine absolut hässliche waffe bäh oh schuld oh hi habe ich moment habe ich nicht anscheinend nicht keine ahnung aber natürlich ist hier unten ein gadget ein glück das hätten wir jetzt keine klei muss nur überall was angeflogen die verzieht kaum wenn die zu uns kommen dann braucht er bestimmt noch länger der wird bestimmt erst fertig wenn alle fertig wenn alle tot sind ja mal kurz heilen lassen dankeschön guter schuss ich hab doch gar nicht geschossen gerade ich habe nur vier schüsse dieses ding ich sehe hier unten da sag ich doch ach hier ist eine waffenkiste mensch nehme ich doch gleich mal die farmers ja nicht oh mit taschenlampe cool hätte man die nicht einfach zerschießen können es ist eine scheiß glastür oder einfach von da irgendwie hier drüber sprechen keine ahnung das sind übelst die specials soldaten können das aber nicht ich laufe nach vorne ich denke mal wir müssen nach oben ist das schon abgedreht ach so was ist entfernt hier flat screen hallo ich bin doch schon reingelaufen dann guck mal hier ja alles sicher wir sind nah dran dum 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 wow what the fuck warum warum was 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 ja ach du scheiße da drinnen ist keiner mehr ihr seid spät dran es dauert als ich durch einen suchtrupp zu schießen er das gebäude durchkämmt darum habe ich wohl den raum gewechselt weil nur umlaufen kannst wofür brauchst du uns beim Koffing über den gang kommt man leichter als über die straße dann gehen wir mal rein aus der wagen die straße überall ist das militär wer sind die sehr wichtige leute eine wichtige frau wir holen sie an einem stück raus mehr müsst ihr nicht wissen verzeihung verstehen sie mich geht es ihnen gut können sie gehen mein mann ist verletzt er braucht negativ keine zeit zum ausruhen ich habe helis auf dem dach gesehen wir müssen jetzt los dann gehen wir rauf was ob es dir gefällt oder nicht ich fliege das Ding das ist der Plan oder hast du einen anderen Vorschlag Sargent ach glauben wir jetzt helis sind sie fertig mein mann muss versorgt werden all diese Gewalt wo führt das hin Sargent das ist nicht was ich danke fürs Kommen Sargent ich bin sehr dankbar für die Hilfe los geht's jetzt komm komm los 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 ich bin der Trufführer kann aber kein Wort sagen das ist schon wieder so gut dass sie vorlaufen wir laufen einfach mal hinten ran ja weiter hoch da alles klar wir gehen rauf ja dann dürfen wir mal die brauchen übelst lange um nachzukommen das ist der Hammer gut weiter oh hi kann man den Messer ich komme nicht weiter doch Q halten für taktisches Visier irgendwie funktioniert das nicht ist der Hammer na gut egal da ist einer da sind zwei ich würde sagen hoff los geht's los ne die hat aber ein kleines Fakazin 25 Schuss das Ding schießt aber auch schnell nur dass die Munition so schnell leer ist meine Güte geiler Schuss Wrecker ich weiß danke schon ja es ist ja immer schon nur Munition hier darf ich fliegen auch wenn er warum darf ich denn nicht fliegen ist ja okay er hat gerade mit uns angeschossen ist ja okay ach Gott ist schon wenn wir kurz eine andere Waffe machen dann kann ich ja nicht ich muss ja auch fassen dass ich hier nicht runter springe ich muss ja auch fassen dass ich hier nicht runter springe ich sag mal schneit das gerade oder Regen ich glaube es Regen ist ich sage mal sind die jetzt schon weg oh fuck geht doch weg von mir oh ne Mann das war jetzt aber auch Granate dann kann ich mich hier schon wieder nicht bewegen irgendwie hat der Singleplayer noch ein paar Entschuldigung Bugs jetzt geht es einfach mal hier hoch flankieren und so dabei flankieren die mich schon neun ich bin glaube ich ja schlechteste Battlefield Singleplayer Spieler Spieler whatever auf Erden meine Fresse war das schon wieder schlechte was ich jetzt eigentlich machen könnte meine Schauschützung mehr nehmen richtig ihr habt jetzt nicht gesehen wie oft ich oh mein Gott oh man wo sind die Gegner denn ey das Ding ist aber auch scheiße Sprache ich nehme jetzt mal was so los wenn ich das Gefühl habe dass das nicht besser ist Mensch was ist denn nur los warum treffe ich denn gerade nichts Dankeschön tot ich hasse solche ACOG-Visierer bam bam ich habe doch gerade drauf gezielt Mann Dankeschön ist das mit dem Wackeln jetzt neu wegen den quasi Unterdrückungsfeuer oder warum wackelt der manchmal so wo ist denn hier jetzt noch was also ich höre noch massig Leute und auch ne Granate schon wieder was ist das für ein Ding einfach mal aufnehmen alle Waffen freischalten am besten weh was hat denn eh geschossen das hier da unten war einer schon gut diesmal war das was soo noch irgendwas also what the fuck dance party oh ok es ist so lächerlich man muss einfach nur ein Gegner ach verstanden verstanden Oh, Fahrstuhlmusik. Der, 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 umleck mich am Arsch. Okay. Hey. Bekommst du etwa Platzangst hier drin? Du magst nicht, der Fahrstuhl mag mir Sorgen, sondern die Höhe. Damit komm ich nicht klar. Weichei. Willst du mich verarschen? Was? Ich liebe dieses Lied. Das ist ein scheiß guter Son. So weit, so gut. Ich gehe vor. Auf geht's, Wrecker. Ich glaube, jetzt hätten wir eine neue Waffe. Genau, meine Krackweite. Fortress hier, Tombstone 4. Letzte Meldung wiederholen. Wiederholen. Können aktuelle Positionen nicht halten. Wir haben 30 Minuten für die Rückwehr zum Schiff. Fortress over. Gut, aber über den Platz. Am schnellsten ist die Hauptstraße. Richtung Osten. Ah, hier ist mal wieder eine Waffenküste. Sehr gut. Moin, ich schätze nämlich wieder eine andere Farbe, ne? Und zwar ganz einfach, was nehmen wir den. Aber das nochmal. War eigentlich ganz gut. Ich laufe am besten da rein, wo die Schüsse herkommen. Das ist immer eine gute Idee. Ich glaube, das war schon wieder ziemlich dumm, hier einfach rauszurennen. Obwohl, nee, es ging. Ach Gott. Die können aber auch gut Granaten werfen. Kann ich nicht. Ich probiere es einfach mal. Nicht Messern. Obwohl, war gar nicht mal so schlecht. Jetzt können wir noch den seine Deckung weggehauen. Sehr schön. Ich glänze alles so krass. Einfach gleich mal eine Granate in Feuer. Boom. Bist du mir hier lang? Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Wollte ich mich verarschen? Wenn wir denen jetzt entgegenlaufen, ja? Ist ja nett. Oh, oh, oh. Ein Waffenschaubar, warum nicht? Wie war das mit auf Ecken hatten? Ach, das ist der Panzergute. Auf den brauchst du nicht zu schießen. Der Panzergute ist zurück. Ja, das habe ich selber gemerkt. What the fuck? Er hat schon für das halbe Haus weggeschossen. Ja, gut. Das ist Battlefield da, aber. Oh, mein Gott. Ist hier durchrennen. Wie willst du? Ah, Panzer geht doch weg. Oh, Gott. Oh, Gott. Scheiß Zivilist. Oh. Mann. Die drehen ja alle durch. Wem sagst du das? Danke. Kommt hier rein. Bitte helft uns. Wir brauchen Hilfe, um zum Schluss zu kommen. Kabel schützt sie dir hin. Wo willst du dich noch was hat sich vor? Äh, ihr habt. Dankeschön. Das ist mir doch Deutsch. Dankeschön. Amerikaner? Gut. Wir brauchen Hilfe. Nicht nur ihr. Augen auf, Wrecker. Entspann dich, Pack. Wir werden uns nichts tun. Wie geht's? Willi Homer? Hm, das ist so. Okay. Passt doch auf. Weg vom Fenster. Das ist gefährlich. Haltet euch vom Fenster fern. Äh, ich werde euch die Gegend geschubst. Wir wollen zum Fluss über Chang'at Panzer. Niemand kommt in die Stadt rein oder raus. Wir messen zum Fluss. Gibt's hier Panzerabwehrraketen? Da ist eine. Ja. Wo ist eine? Wir hängen fest und brauchen eine Hilfe. Bleib hier und schütz dein Kind los, Wrecker. Bewegung. Wie soll man durch die Gegend geschubst werden? Wir brauchen einen Sprengstoff gegen die Panzer rum. So, ich sehe auf der Karte jetzt nichts, deswegen. Ja, es packt halt immer noch rum. Aber ich sehe schon noch damit was. Wir sollten uns das mal von oben anziehen. Was ist für den Gebäude? Sieh nach, ob da was Nützliches drin ist. Wir brauchen Feuerkraft. Natürlich ist da was Nützliches drin. Wenn das. Ankeres Munition, die entweder als improvisierter Panzerabwehrmine oder als klassische Landmine nennenswerten kann, obwohl ihre Sprengungen kriegen und das hat sie M15 ermöglicht sich dennoch schwere Mobilitätstreffer und schwere Panzer der Fahrzeuge. Wobei das mit. Was sieht denn das aus? Mensch. Was ist das? Explodieren wir uns! Ach wirklich! Wo denn? Irgendwie komme ich mit C4 besser, klar. Wenn ich sowieso an dem Panzer ran muss. Nr-nr-nr-nr... Sprengung! Okay. Steig in das Boot! Tschau. Los, wir müssen die Worte zurückziehen. Bitte! Was ist das? Ich glaube, Sie helfen uns. Na, der Wrecker. Oh, man. Wir klauen alles zusammen, ist das? Wollt ihr gerade zusammen? Ja, IMP, ne? Die ganzen Leute, die sitzen auf den Presentierteller. Folgt uns! Folgt uns, wir bringen euch in Sicherheit! Irish, was machst du denn? Wir können sie nicht einfach hier lassen, Pack! Folgt uns, wir bringen uns zu USS Mercury! Ist du nicht ganz dicht, Irish? Ich bin völlig klar im Kopf! Folgt uns! Ihr müsst uns folgen, wir bringen euch in Sicherheit! Los! Fortress, hier ist Doomstone, kommen, over! Fortress, hier ist Doomstone, kommen! Wunder, dass das Ding noch leuchtet. IMP? Ja! Ein bisschen alles kaputt machen, aber sein Funkgerät läuft hier noch. Titi! Ich versuche es, Sir, aber ich muss noch viele Flüchtlinge behandeln. Wissen Sie, wie viele an Bord gekommen sind? Ich schätze, 350 bis 4 Euro. Sie bekommen bald genaue Zahlen. Wäre das alles? Ja, Sir. Wie steht es um eine Anfrage nach mehr Hilfskräften? Tut mir leid, Sir. Sie müssen mit dem auskommen, was Sie haben. Vielleicht kann uns die Titan helfen. Ei, ei. Und, Sir, es schmeckt nicht allen, dass wir die Flüchtlinge ausgenommen haben. Aber ich halte es für eine gute Tat, wenn ich das so sagen darf. Danke, Lieutenant. Ja, es sind nur gute Menschen da. Kann man da nicht einfach so da verrotten lassen? Juiuiui. So, jetzt komme ich dann wieder in irgendeine Zwischensequenz. Ja, haben wir klar. Äh... Jo, Wrecker! Alter, du hast um dich geschlagen. Schlecht geträumt? Schlafrotation in 10. Ich bin eh schon seit zwei Stunden wach. Ein Wunder, dass du nach der Sache überhaupt schlafen kannst. Es ist scheiße heiß hier drin. Es gibt jetzt überhaupt keine Luft auf dem Schiff. Übrigens, Irish war hier. Wollte dich nicht wecken. Ich sag's dir, Mann. Du musst schlafen, solange du kannst. Tschüss, Wrecker. Tschüss! Und nicht nur zu denen sag ich Tschüss, sondern auch zu euch, Leute. War mal wieder ein cooler Part. Mir macht's wieder Spaß. Also, was heißt wieder? Mir hat's immer Spaß gemacht zu Let's Playen. Aber mir macht's wirklich wieder... Macht wieder Spaß, was aufzunehmen und so weiter. Ja. Damit würde ich sagen, bis zum nächsten Part und ciao, Leute!